Willkommen liebe Freunde Heute geht's auf Diamantenpeer Wir haben das letzte Mal schon angekündigt Diamantensuchen Mal sehen ob wir wieder Glück haben Hier geht's auch weiter runter Ich war ja auch schon mal gewesen Wo geht's denn da? Da ist Lava Immer runter springen Aber eigentlich wollte ich ja nicht mehr so wild um mich rumbuddeln Eigentlich mal so Ja Ein Plan machen So eine Miene im Plan Aber wir Hier unten können wir ruhig ein bisschen rumbuddeln Äh Ja rumbuddeln Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich muss mal gucken Muss man eine Taste denn schon wieder Zwölf Okay hier könnten Diamanten sein Ist überall Lava Nehmen wir das Eisen mit Och Och Gottchen Das ist gerade eine Fledermaus irgendwie Ja Verschmort Ach noch ein Fledermaus Überall ist ja ein Nest Oder wat? Ist da eine neue Mine oder gehört das zur alten Mine? Ist ja auch gefährlich hier ne? 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 Oh Schiss dass hier ein Creeper um die Ecke kommt ey Darum ist Gold Hier sind auch überall Wege und Boah was denn das alter? Ui Fledermaus hallo Schreck mich doch nicht Ich muss da oben mal hoch ey Ich muss da ein bisschen ausleuchten Keinen Nerv dass dann wieder ein Creeper von hinten kommt und dann wieder tscht und bumm Geht es da noch weiter? Ok hier war das hier war das hier war das hier war das Hier ist Ende im Gelände Wir können ein bisschen Kies mitnehmen Kies brauchen wir auch noch jede Menge Wir müssen noch so viele Wege verlegen Beziehungsweise anlegen So viele Wege noch anlegen So immer schön ausleuchten weil ihr wisst ne Können Creeper spawnen der kommt nachher von hinten und dann knallt das Und ne ne das wollen wir ja nicht haben So So Ein bisschen Kies Jetzt können wir wieder runter Da hinten ist schon ne Spende Oh Gott Oh Du oh du du Ja du brennst Komm her ich hab du weißt aber Kopf Komm Wärst du einfach mal in Wasser reingeschwommen denn Naja Äh geschwommen geflogen Die Spinde hängt da anscheinend fest Na hast du Angst dass das ein heißen Moorst kriegt oder wat So ich werd mal hier ein bisschen rumkloppen Vielleicht ist hier ja äh äh Diamanten Vielleicht sind hier ja Diamanten Oh Äh 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 Spinnräter Uhoh bist tot Ebene Welche Ebenen ist denn das hier? 11, okay. Ist ja auch Kies, ne? Kies nehme ich mal mit. Du musst aufpassen hier, dass hier echt von hinten kein Creeper kommt. Da oben ist Gold, aber Gold brauche ich jetzt nicht. Wenn ich Gold brauche, dann gehe ich los. Sag doch mal hingehen. Nein. Nachher sterben wir, nur weil ich Gold holen will. Ich will Diamanten holen. Bin ja nicht hier, um Gold zu holen. Gees, gees, gees. Oh Gott, du musst echt aufpassen. Deswegen rede ich auch nicht ganz so viel. Ich muss ein bisschen Concentration. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wenn ich nur am Blabbern bin hier, dann konzentriere ich mich nicht und dann falle ich noch in die Lava und... Nee, nee, nee. Nee, nee, das muss ja nicht sein. Warum nimm ich den Scheiß mit? Da brauche ich doch gar nicht Feuerstein. Aber wir müssen doch mal einen Plan machen, so echt so ein... Abmessen. Ich habe das schon mal abgemessen, so ein Strip-Meeting gemacht. Aber frag mich nicht mehr, wo das war. Dann muss ich die letzte Folge nochmal angucken. Oder die letzte Folge, die vorigen Folgen nochmal nachgucken. Da hatte ich ja so schon mal angefangen. Mit Strip-Meeting, oder wie sich das nennt. Ihr wisst schon. Ja, toll. Das ist ja einfach nur wildes Gebuddel jetzt hier. Ja. Ja. Kohle ist auch gut. Gibt's schöne XP-Pünktchen wieder. Kriegen wir uns langsam hier die 30 wieder voll. Na, nimm doch die Schie mit da. Das Zeug brauche ich nicht. So, und hier muss ich aufpassen. Hier hört es auch. Die Lava, die Lava. Das könnte überall Lava sein. Dann plumpst ich da rein und das war's. Wohl, wir haben ja ein bisschen hier Feuerschutz und so ein Kram drauf, aber... Man muss halt ja nicht riskieren. Gut. Okay, da ist ein Skelett. Da zum Beispiel. Wenn ich zu weit laufe, bist du schnell. Zack, fällst du da rein. Ist da drüben vielleicht Lava? Lava, also... Hallo? Gibt's denn da lang? Super, Lava. Mir reichen ja auch schon wieder zwei Diamanten. Immer zwei Diamanten, das reicht. Äh, dankeschön. Dankeschön. Mit Ansage. Mit Ansage. Oh, wie viel haben wir denn hier? Geht das noch Eisen? So, immer schön freilegen. Können wir gleich wieder zurück. Weil wir am besten mit Diamanten hast immer zurück. Na, sterbste und dann... So, ein bisschen aufpassen hier. Nice. Sechs Block, sechs Block. Und wir haben ja... Was haben wir drauf? Glück drei, ne? Drückt die Daumen, drückt die Daumen, dass da viele Diamanten rauskommen. Am besten das Zehnfache. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Das waren sechs Diamantenblöcke. Was haben wir im Inventar jetzt? Nice. 20 Diamanten. Das ist doch mal geil. Aus sechs Blöcken, 20 Diamanten. Nur, weil wir Glück drei drauf haben. Alter, das ist doch geil. So. Und wo geht es jetzt wieder raus? Äh, nein. Ich riskiere es nicht, den Bruchstein mitzunehmen und dass sie sich noch in die Lava fallen. Nein. 20 Diamanten in Tasche. Ui, ui, ui. Wir müssen hier wieder raus, Leute. Wir müssen hier wieder raus. Oh, da ist schon ein Skelett. Das wartet schon auf. Ja, komm mal her, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Meine Diamanten kriegst du nicht. Okay, es war doch andere Richtung. Da ist Wasser. Mal hoch. Vielleicht kommt so ein Creeper entgegen. Pass auf. Ah, da oben ist die Mine. Okay. Ich glaube, wir haben ein Zombie am Arsch. Ich drehe mich aber nicht um. So, schnell hoch. So, lass mich raus. Wo geht es raus? Jetzt gucke ich nach meinen drei Fackeln. Wo sind die Fackeln? Da hinten geht es auch noch weiter hoch. Mist. Mist. Ach, hier. Nee. Da geht es nicht weiter hoch. Das ist ja auch blöd. Ey, wo muss es doch hier rausgehen? Hallo. Ich glaube, da oben geht es raus. Nein. Hier sind drei... Ah, Leute. Da geht es raus. Da geht es gleich hoch. Muss aufpassen. Natürlich haben wir hier... Wir gehen den Wasser lang. Und im Wasser hoch. So, wir sind gleich oben. Und jetzt kommt der Creeper von oben. Und dann Bäm. Und dann fliegen wir runter in die Schlucht. Und zack sind wir platt. Und sind wir dort. Oder ich ersaufe vorher. So, schnell aussehe. Schnell aussehe. Die 20 Diamanten wegbringen, ey. Mann. Das ist immer noch geil. 20 Diamanten in die Tasche, du. Heftig. 20 Diamanten. Bring bloß schnell die Diamanten weg. Jo. So schnell in die Kiste damit. Jo. 20 Diamanten. So. Erstmal Luft holen. Und ich gehe erstmal in den Keller. Cobblestone wegbringen. Äh. Ich habe es wieder gesagt. Nein. Cobblestone. Also Bruchstein. Obwohl habe ich hier Eisen. Das könnte ich gleich mal in den Ofen hauen. Wo ist denn das Eisen da? Ja, ja. Sagt immer, es ist eine Höhle, das Geräusch. Ihr wisst, aber es ist keine Höhle hier unten. Das ist ein Keller. Hat die ganze Zeit die 17 Eisenbahnen mit? Warum hatte ich die mitgeschleppt, ey? Ah, Redstone. Brauche ich nicht. Was soll ich mit Redstone? Ich bin kein Redstone-Freund. Ich dachte, da kommt ein Creeper. Wir müssen auch aufpassen, ey. Okay. So, die Kiste da oben. Ach, okay, die ist leer. Ich kann auch mal wieder was in den Ofen hauen, ne? Bruchstein kann ich mal wieder was in den Ofen packen. Hm, manchmal mit dem nächsten Mal. Ach, Leute, wir haben die Lava vergessen. Ich wollte auch Lava mitnehmen. Oh, jetzt war ich schon die ganze Zeit da ordentlich. Ich war verrückt nach die blöden Diamanten. Ich brauche ja auch noch Lava. Oh, Mann. Ey, wo ich manchmal bin, echt nur mein Kopf. Ich weiß auch nicht. Ich brauche doch Lava. Ihr habt bestimmt auch gedacht, dann nehmt ihr extra Eimer mit. Warum nehmt ihr da keine Lava? Sammelt da keine Lava ein? Ey, ich weiß nicht. Ja, blub, blub. Ihr legt eure Eier da oben fleißig. Äh, nee, warte mal. Ich brauche Erde. Ich muss die Erde haben. Ich brauche immer einen halben Stecken Erde. Halben Stecken brauche ich. Ja, blub, blub. Ich komme gleich. Ey, ich hole nämlich denn keine Lava mit. Ja, okay, die holen wir dann beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal wieder ein Lava. Holen wir Lava und ein Birkenholzbäumchen. Die Birkenholzbäume müssen wir fällen. Birkenbäume. So. Oh, Eier her. Du bleibst da drin. Du, ich bring dich um. So. Du bring dich auch um. Dich auch. Und dich bring ich auch um, wenn ihr abhauen wollt. Dann habt ihr nur nach vorn. Blöden Hühner. Waren hier aggressiv. Äh, hier fliegt schon wieder was durch die Gegend. Naja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Hühner, die machen einen bekloppt. Echt. Rohes Hühn... Ach, rohes Hühnchen. Ach, die... Ich höre doch eine Spinne. Die troppen jetzt auch Essen? Haben die früher nicht gemacht. Cool, können wir auch Hühnchen essen? Ne, Quatsch. Das haben die früher auch schon gehabt. Rohes Hühnchen. Ach, ich bin auch bescheuert. Entschuldigung. Nimm mich zurück. Das haben die ja, glaube ich, schon immer getroppt. Ich habe bloß lange keine Hühner mehr geschlachtet. So, die scheiß Feuersteine hier. Was soll ich mit so viel Feuersteine? Ich weiß auch nicht. So, ein bisschen sortieren. Die Schienen, die holen wir hier mit rein. Da, nee, da. So. Ja, aber nächstes Mal Lava holen. Brauchen wir unbedingt Lava. Nicht unbedingt, aber für unser, unser hellen Tor. Für den Raum, für die kleine Halle. Und da soll ich jetzt nochmal runtergehen. Schauen wir auf meinen Timer. Nee, die Zeit ist gleich rum. 20 Minuten sind gleich wieder vorbei. Vorbei. Ich nehme hier immer nur 20 Minuten auf. Für die neuen Leute, die hier zuschauen. 20 Minuten. Das, das sollte reichen. 20 Minuten. Früher habe ich sogar nur 15 Minuten aufgenommen. Ach, da habe ich noch Federn. Federn, Federn. Fackeln. Habe ich noch Fackeln? Irgendwo habe ich bestimmt noch Fackeln. Nein, habe ich hier schon alle verbraucht? Keine Fackeln mehr. Wenn ich das gerade sehe, kann ich ja nochmal Fackeln machen. So. Äh, die müssen, nein, die müssen mit. Die müssen dahin, wo die Rüstung ist. Da, wo die Rüstung ist, mein Freund. So. Bei den Werkzeugen und den ganzen Kram. Hier haben wir noch Haltbarkeit. Und Glück, Glück drei auch noch drauf. Können wir auch reparieren, aber brauchen wir nicht. Unsere ist schon ein bisschen angeschlagen. Hier ein bisschen kleiner Fitzel, aber da können wir noch ein bisschen mit arbeiten, bevor wir die reparieren müssen. Juhu. Und das war es dann auch schon wieder so langsam für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wie schon sagt ihr, Birkenholzbäume fällen. Und Holz sammeln. Und Lava besorgen. Genau. Das geht dann beim nächsten Mal weiter. So. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich hier. Äh. Ja. Wieder Regen. Ich freue mich. Ich freue mich Regen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.